hallo youtube und herzlich willkommen hier bei modbox ich bin euer guter pamo und wir sind wieder hier im let's play projekt drin mit dem guten christian den alex dem mark und mario und unserem special gast den guten dominik hallo zu sein ja christian immer direkt ja ein bisschen vor der aufnahme erzählt haben in der zweiten folge mittwochs bekommt haben uns damals überlegt und da gästen machen wir immer so eine frage ausfragen runde normalerweise heißt es mal zehn fragen ein streamer aber da dominik sich von dem stream noch ein bisschen fern hat er dachte der umgekehr zu groß er hat angst dass latino frise und ex-normale halt dann keine zuschauer mehr haben ansonsten mache ich lieber nicht dementsprechend wandeln wir die frage ein bisschen ab weil du bist da wirklich ein alteingesetzter fahrer 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 1 auf jeden fall und ich werde nach und nach die frage stellen und wie schon vor besprochen sollte irgendwas dabei sein wo du das willst du nicht beantworten ist das natürlich völlig in ordnung wenn wir in der dritten folge halt immer die frage kommt eine challenge da bin ich mal gespannt weil wie viele stunden bei ls 22 hast du jetzt aktuell schon die frage müsste ich nachgucken 300 400 und bei ls 19 waren es wie viele 4000 also ihr seht ein leichter aber gerade anfingern ist also wir müssen hier nachher den freunden kurz erklären aber das sollten wir hinkriegen also dominik spielt ls war jetzt schon in der regel durch schon nach der ersten woche ja so ungefähr aber die olysen habe ich noch nie gemacht ernsthaft ja dann guck mal an jetzt haben wir was gefunden haben wir den richtigen mann an der richtigen stelle jetzt hier dann kannst du wenigstens mal haken dran machen dass du olyvenernte hast schon hinter dir ja genau also für die zuschauer die olyvenernte läuft halt noch ist halt ein bisschen zeitabwendiger als alles andere aber das passt ja ganz gut dann kann ich jetzt dominik ausfragen also die erste frage würde eigentlich heißen wie ist dein nicknames anstatt gekommen weil da du ja keins mehr bist ist natürlich die frage wie bist du auf johannes bär gekommen einfach nur diesen wortlaut johannes bär aufgrund der frucht oder ganz ehrlich ich habe google genommen habe nach lustigen namen gegoogelt und johannes bär ich glaube mein firmenname also da muss man sich ja bei erfirmung kriegt man so namen und oder nach irgendeinem heiligen oder gab halt johannes den täufer und ja den habe ich mir damals ausgesucht gehabt und das war nicht dann ganz passend also es ist halt immer so ein rauch die leute ich nicht wissen die mitspieler also das team an sich sucht sich meistens mal irgendwelchen namen aus die einprägt sondern eben ist ja reiner zement was haben wir noch gab wunderfaul keine ahnung haben wir so viele schon gehabt die jetzt ja da schon ins leben gerufen wurden sind deswegen okay weißt du noch ungefähr wann du ins team gekommen bist das jahr ungefähr jetzt ich glaube 2019 das hat mir schon eher zwei besprochen mit einer also es ist eine der ja war schon zu anfangen oder war schon wie wir müssen zu welcher zu welchem projekt bist du eingestiegen zu trufarmen warst du nicht mehr dabei bei dem teil 1 3 witz kam danach davor kam ja noch live live habe ich glaube ich angefangen stimmt und bei für farming gab es damals schon aufruf dass bei damals war es der landhandel wo er noch unten war und tino gab es eine bewerbungsphase dass sie einen praktikanten suchen und da hatte ich mich dann darauf beworben jetzt kommt natürlich eine frage jetzt jetzt auch für dich interessant was begeistert dich so an einem landwirtschaftssimulator ja wie oder hatte ich vorhin schon erzählt ich komme so ein bisschen aus der landwirtschaft das ist für mich jetzt ein teil mich auszuleben sage ich mal so ich versuche also wenn ich selber spiele beziehungsweise habe ich bei trufarmen auch schon so eigentlich immer ganz hart möglichst realitätsnah zu spielen so mit dem wissen was ich von früher so habe und macht mir einfach spaß ist es ein guter ausgleich da wo ich entspannen kann einfach kopf freien lauf lassen und wirklich selber spiele schaue ich mir dann meistens immer so youtube videos an von landwirtschafts youtuber wie landwirt in mv oder titsch farming oder sowas husum zum beispiel das gucke ich mir alles an und ja habe dann auch spaß solche sachen die die da erzählen und machen dann auch im landwirtschaftssimulator mal nachzuspielen soweit es geht das interessante ist jetzt immer mir schon ich weiß nicht welche gäste wir schon da hatten viele sagen einfach dass der ls wirklich so eine entschleunigung ist ja es hat sich ja mega entwickelt also koil hat das letzte woche auch schon gesagt ihm hat es halt wirklich was ihn an dem spiel wirklich reizt die entwicklung des spiels und die möglichkeiten das spiel bietet und das das ist interessant ist eigentlich jeder sagt das gibt mir auch so musst du nicht in anführungszeichen nicht groß nachdenken die faszination der fahrzeuge jetzt natürlich gegeben klar weil das sieht man sonst nur ich meine die wenigsten von uns sind wahrscheinlich schon mal so ein riesen feld oder so ein riesen drescher gefahren oder was auch immer das ist echt interessant dass jeder einfach sagt das spiel entschleunigt obwohl es mega interessant und auch immer so ein bisschen man kennt es ja selber ich mache das noch eben schnell fertig und dann gucke auf die uhr und es sind zwei stunden rum und denkt sich okay mal eben kurz ja also das ist wirklich interessant dass diese dass diese meinungen fast immer identisch zum das ist eigentlich ganz cool jetzt ist natürlich nicht so was passt ganz gut ist eine gute überleitung welche streamer verfolgst du jetzt außer vielleicht tino freezy exe mal nur jetzt aus dem team selber ganz gerne wo das hast du sondern deine top 3 streamer die du echt gerne guckst und warum die ganz gerne guckst also wie gesagt ich gucke größtenteils landwirtschafts youtuber landwirt in den v sowas husum das hatte ich kuxland agrar kuxland agrar finde ich ganz cool weil er so ein bisschen mein traum lebt den ich mir irgendwann mal verwirklichen will arbeitet halt normal normal in einem normalen job und macht das dann so nebenbei mit alten maschinen und macht da viel heul und verkauft das dann und ja sowas versuche ich mir dann halt sowas will ich mir in zukunft dann auch aufbauen dass ich dann so ein bisschen vielleicht nicht mehr vier stunden 4000 stunden in dem ls habe sondern noch 2000 und die anderen 2000 dann real auf dem land verbringen darf ja okay aber kann man die drei so festhalten so wilber husum hans mv und ich glaube twitch haben ja auch gesagt ja und ndr doku heißt der kanal glaube ich da gibt es auch immer interessante sachen zu sehen jetzt kommen die fragen die interessiert mich jetzt mal ganz extrem was sind deine drei lieblingsspiele egal welche plattform auch wenn du sagst du bist vor der mario kart suchter oder so also es muss nicht pc oder playstation sein egal welche plattform wo sagst du deine drei spiele die du am liebsten spielst oder gespielt hast also es muss noch nichts aktuelles sein das kann auch das kann auch mario 1 sein oder oder was auch immer wo sind deine drei lieblingsspiele die du immer wieder gerne spielst wenn du mal zeit hast würde ich sagen ls auf platz 1 spiele ich fast nur wenn man meine stundenzeit sieht daneben bei früher habe ich viel fifa gespielt wobei das würde ich eher auf platz 3 sehen was ich auf platz 2 seh es formel 1 stimmt du warst ja klar du guckst gerne formel 1 das stimmt was war es bei dem bei dem team event was mit dabei ja ja da bin ich glaube ich zweiter gewonnen stimmt da war nur jannik der obersuchter ja stimmt formel 1 da war ja was genau genau bei diesen diskussionen des teams bist du auch mal mit fachwissen dabei ist ja gut ich bin sport interessiert bei schalke wird jetzt langsam knapp dass sie aufsteigen aber wie gesagt sport interessiert gerade fußball formel 1 und 3 war halt dann fifa und fifa ist echt interessant in unserem team ist interessiert fast keinen das war für mich auch erst mal so ein neuzerlebnis so wie das spielt keiner ist in ordnung jetzt kommen wir zunächst frage kannst du entweder aus dem ls beantworten oder aus dem real life was ist dein lieblingsmarkt der in der landwirtschaft oder gibt es da eine wo du sagst die würdest du favorisieren wir kennen ja alle malo ist ja mittlerweile bei john deere gelandet frisi verehrter deutsch ist abtrünnig seitdem er beim preis gehofft war mag er auch schon hier wobei er feld ganz cool findet auch selbst bei deutsch sagte die optik vom deutsch ist schon richtig gut was bei dir jetzt kommt also persönlich was ich selber gefahren bin das war case und class traktoren und früher iac und hanomag da bin ich absolut bei case deutsch ist bei mir komplett raus da habe ich nur schlechte erfahrungen mitgemacht was ich gerne mal fahren würde wäre fendt weil die finde ich von der bedienung ziemlich geil also was man so sieht keine persönliche also persönlich nicht kennengelernt und von der optik würde ich jetzt so auch was ls und so angeht bei traktoren fendt bevorzugen bei meh dreschern klar es kommt halt immer darauf an um was es geht aber in der relativ offen und nicht irgendwie so ein fanball von irgendeiner bestimmten marke das hört auch ein bisschen raus weil das ist auch ein projekten bei den linden einsicht einsehbar gewesen nach dem motto war immer etwas aus am hof jetzt lassen wir mal so verstehen jetzt kommen wir ich weiß auto bist du auch recht affin weil ich formel 1 jetzt haben wir die frage was ist dein persönliches traumauto sprich wenn wir irgendeines wünschen könnte ist egal ob das ein auto von 1980 ist oder der neueste keine ahnung bugatti wo das wenn wir ein auto wünschen könntest welches mit zu wieder aussuchen ein alter amerikanischer ford pick up f-150 hießen die glaube ich früher mit so einer runden haube ja so eine längliche ich glaube 50er 60er jahre müsste das gewesen sein aber also die finde ich von der optik schon ziemlich geil okay mir ist etwas ganz anders wie sie war ganz entspannend wmw x5 wo ich dachte was interessant war laura hier und der liv genau dasselbe auto als ob die sich abgesprochen hätten und die beiden ja ich glaube koile hatten was hat er gehabt mustern also diesen ja ja da war schon interessant war ein paar coole aussagen dabei extra hat sie totgequatsch hat er nicht travi oder wardburg gesagt nee auch nicht da kam nichts nichts aus dem östlichen bereich aber interessanterweise also ich dachte fortschritt irgendwas kommt da jetzt um die ecke aber nee ich glaube ich weiß nicht was er hatte auch bei seinen seine aber ich glaube auch immer ein amerikanischer so ein pick up der ist nützlich ich finde den cool von gerade das amerikanische nehmen wir auch richtig schön ehrlich den sound das muss man dazu sagen ja ok jetzt kommen in anführungszeichen diese persönlichen fragen die erste wäre wo siehst du deine größte persönliche stärke ich glaube darin dass ich nicht schnell die fassung verliere und wir haben meistens einen kühlen kopf bewahre und da der grätsch jetzt mal rein weil gesagt ich bin mit dominik aber mittlerweile in einigen projekten gewesen das muss man wirklich sagen dominik hat immer die die fähigkeit wo alle eigentlich dasselbe denken mit einem vernünftigen und auch konstruktiven anderen gedankengang das ganze auch andererseits überläuft das muss man wirklich das ist eigentlich das ist ja auch nicht negativ gemeint das ist eigentlich gut weil alle denken sich das können wir machen das ist ja super aber man verliert ab und zu auch den Blickwinkel ich nehme ein beispiel das ist so ein bisschen jetzt aus dem background gesprochen wir hatten die thematik bei billet war eine ganz ist eine regel alle verbauten produktionen dürfen nicht noch einmal von den streamer platziert werden das wurde von anfang an so gesagt das wurde von allen so abgenickt da kam von tino die frage ob man nicht so eine hof bga machen kann und ich auch habe so vorgelegt habe auch nicht das hat ja jeder antwirt und das passt ja auch und passt auch ins bild auch für die optik und so aber dann ist halt dominik mal der der dann diesen kühlen kopf bewahrt und sagt mir moment leute wenn das nicht so machen dann fängt der eine an der bga dann sagt der andere aber ja guck mal hier hand ist ein v der bringt seinen 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 sonnenbogen zum 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 mühle da gibt es auch eine mühle und dann geht das los bis der letzte land mit einer eigenen spinnerei eigentlich sehr gewählt besitzt dann haben wir alle prozent doppel und dreifach verbaut und das ist der punkt man ist eigentlich von der meinung klar ist so richtig kann man machen wegen hof bga kommt nahe aber dann ist dann ist halt der moment wo alle dann so ein bisschen den anfang den kopf ausschalten und dominik den dann an behält weil dann heißt es regel ist regel da gibt es doch keine zwei meinungen das ist auch so die regel wird vorher ganz klar definiert und das muss ich wirklich sagen das hat mir gewonnen wenn es nicht gekommen wäre aber das passt wirklich das kann ich unterschreiben im ersten mal ist natürlich auch jetzt für die die in die andere meinung ballen so dachte man sagt jetzt fängt das nicht ab warum aber wenn man dann drüber nachdenken heißt nee das ist von anfang an so gesagt worden ob es eine hof bga ist eine riesen bga oder auch nur eine kleine eine bga und wir kennen unsere leute ich meine dafür ist schon zu lange im team der kennt ein excel maldo und tino frisi da heißt es ja aber und dann ist das gestrahl groß dann weil es da hieß es gab ja die regel und das passt also auch wenn man irgendwelche challenges organisiert und sowas am anfang bin ich einmal damit auf die schnauze gefallen wo es irgendwelche stupflöcher gab und dann musst du das so aufbauen dass da keiner mehr links und rechts irgendwas mauschen kann ja das ist ja das ist halt die erfahrung aber das kann ich unterschreiben und das ist auch nicht negativ das ist wirklich so dass das hilft aber auch gerade zu einer projektleitung dass das ganze nicht abdriftet weil wenn man einmal anfängt klar da kommt der nächste an ja aber für meinen hoch wäre das super und dann ist das thema durch und dann kannst du nicht beim einen sagen ja dann heißt es ja ja das ist ganz 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 schwieriges thema bei uns ok jetzt kommt jetzt noch zur gegenfrage logisch wo ist deine größte persönliche schwäche jetzt kommen wir nicht mit deinen ballettstunden vom karneval das hilft nicht habe es im video gesehen das sehe ich nicht als schwäche das ist eine überwindung das hilft meistens ja das ist ja hier fast wie beim bewerbungsgespräch ja natürlich ist es schwäche dass ich mich manchmal nicht zu irgendwas aufpassen kann dass ich schnell also ja sowas wie sport oder sowas ich weiß dass ich es machen müsste oder mich gesünder zu ernähren ich weiß dass ich es machen müsste aber so diesen inneren schwein nun zu überwinden ist dann nicht so einfach oder da bin ich nicht weiß ich nicht ehrgeizig genug oder so ich weiß nicht wie ich das sagen soll aber ich weiß wenn ich sport gemacht habe danach geht es mir besser und geht es mir gut und bin dann auch stolz drauf dass ich es gemacht habe aber diese überwindung dazu ist wirklich zu machen die fehlt einem oder dieser antrieb generell unschöne aufgaben das schiebe ich dann immer vor mir her und dann irgendwann wird es zeit und zum beispiel ich habe studiert und musste eine bachelorarbeit schreiben habe mit einem kumpel gewettet wo ich hundertprozentig weiß der nutzt die led bis zur letzten minute alles aus um die abzugeben habe mit ihm gewettet wenn ich verliere laufe ich ein halbmarathon in stuttgart ich hasse laufen hohes laufen habe mir dann so ja so das wochenende bevor ich abgebe bis dahin habe ich fertig und ich war wusste genau eigentlich der macht das erste montag schlägten 350 der donnerstag abgegeben und ich war freitag abgegeben und dann bin ich halbmarathon gelaufen einmal an bord ich habe es auch geschafft respekt jetzt kommen wir zur letzten fahrer auch weil sie so der abschluss dieser aufnahme die frage sollte jetzt beantworten unabhängig von der aktuellen politischen oder gesundheitssituation und sprich pandemie mal ausgeklammert unter das aktuelle geschehen in der ukraine was wo es keine zwei meinungen gibt glaube ich ist die letzte frage die wir haben wenn du einen wunsch frei hättest was würdest du dir wünschen darf man da egoistisch sagen natürlich dein persönlicher wunsch ist es so ist die sache es geht um deinen persönlichen wunsch wir alle wissen dass du dir keinen krieg wunsch kann ich eine pandemie das ist ja wohl logisch sondern dein persönlicher wunsch einen kleinen aussiedlerhof mit zehn hektar drumherum wo ich nach der arbeit mich dran vergnügen können mit ein paar tieren ein paar coole alte schweinerassen ein paar coole alte rinderrassen ein paar coole hühner und ein paar alte traktoren und alte maschinen und dann gib ihnen das ist doch mal ein wunsch den ding die kann man einfach so unkomitiert stehen lassen das passt doch das ganze gibt auf jeden fall ein bild ich mache es mal recht recht herzlichen dank dass du die zeit natürlich noch was für uns hier und so noch quasi in den letzten drei folgen hier und unser gast zu sein wie ich aus quetschen zu lassen von uns für mich persönlich war es interessant ich meine ich kenne ich auch schon ein bisschen länger eineinhalb jahre wenn man es um viel dann darf aber ich auch gerade von den neuen jetzt dabei sind konnten auch das eine und andere wahrscheinlich aus dieser unterhaltung mit rausziehen von dem alten hasen dank dafür wir sehen die challenge wieder da bin ich absolut gespannt weil mit gefühlt zehn tausend spielstunden ist natürlich das level ganz weit oben du hast auch keine ausreden dass du kein falsches equipment hast oder bei einer frau zu gast bist die du dass das nicht durchgehen ist ja klar das ist ein bisschen druck gerade in das nicht schlimm wir das letzte woche mit mit kohle aufgabe kohle einmal der king challenge mussten die auch ballen stapeln aber ein ganz extrem und dann vor nachbauen da war er so akkurat ich dachte eigentlich denn der knüppelte der richtige heftige zeit rein war nicht so schlecht aber jannik ist aktuell aber es machen wir später sehr dank für die zeit jungs alexander markt haben wir euch auch natürlich dann dass du wieder hier fleißig mit gewohlt habt ja gerne wieder gerne dann mache ich auch dieses typische daumen nicht vergessen ihr wisst du pols remote block aktiviert damit dann keine mods und let's plays und was euch demnächst verpasst schreibt die kommentare wenn ihr fragen hat oder johannes bär haut mal rein ich stelle mir dann und dann schreibe ich dann unten drunter und ja wie das schon wie bei der ersten frau damit darfst du natürlich hast du das letzte wort als gast und ja dank dir auf jeden fall und wieder ja vielen dank dass ich dabei sein durfte hat sehr viel spaß gemacht und ja war sehr interessant und das erste mal oliven ernten könnt ihr euch jetzt bei mir auf die fahne schreiben kann nicht jeder ja vielen dank dass ich dabei sein durfte und schaut auch die anderen videos von modbox sind echt alle interessant ja dann euch noch einen schönen tag